Einer. So. Komm schon. Rein mit dir. So. Da sind meine Sachen. Und. Ich hab das ja vorher schon etwas etwas geteraformed. Das muss man hier mal sagen. Wieso mach ich das jetzt eigentlich nochmal? Nur wahrscheinlich, weil Dummheit den Meister macht. Nicht Übung, sondern Dummheit. Ganz eindeutig. Ah. Wieso nicht? Gut. Und es ist Nacht. Und ich hab keinen Sand mehr. So schnell kann's gehen. So. Wir haben doch hier noch etwas Sand. Genau. Und weiter geht's. Wir wollen ja keine Zeit verplempern. Ähm. Das ist eine Ingot noch. Ja. Ja, ich habe meinen Körperblock. Super. Erstmal zerstören. Und hier rein. Und jetzt. Machen wir mal Silber. 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 Oder. Erstmal Iron. Iron brauchen wir am meisten. So. Hm. Da war unser Sand. Sand. Nein. Wieso fehlt mir genau einer? So. So. Was? Ah. Hier fehlt mir auch noch einer. Komm. Den ging's auch noch dahin. So. Perfekt. So. Jetzt bauen wir. Ich würde sagen hier die Grundetage und dann immer so etwas weiter nach oben die anderen Etagen. Ähm. Ja. Den Boden, den ich ja gerade schön so ausgefüllt habe, hätten wir eigentlich in Ruhe lassen können. Denn hier kommt die Doppeltülerin hin. Sag ich jetzt mal einfach so. So. Und ich würde das jetzt gerne 3 hoch machen. Das bedeutet, hier muss so ein Knick, nein, hier muss so ein Knick nach 4 rein und, äh. Ja. Ich hab das komplett falsch gemacht. Ähm. Ja. Sicherlich, äh. Versteht ihr gerade nicht, was ich, äh, meine. Was ich meine. Dass ich es meine. Nein, ich meine, dass ich es gut meine. Was ich meine. Deshalb, äh. Nein. Weg mit dir. Und hier hin. So. Das ist schön. Jetzt hier hin. Es wird nachher alles schön ausgeformt und alles super schön gemacht. Aber im Moment geht es rein um die präventiven Maßnahmen, die das Ganze hier erfüllen soll. So. Was sagt das? 72 Ingotts. Gut. Kommen noch 12 Euro hinterher. Und. Einmal anmachen. Das müsste jetzt aber reichen für alle drei. Hoffe ich mal. Ah. Schön. Schön. Die gehen auch schon. Wieso. Mach ich die eigentlich kaputt. Es reicht doch vollkommen, wenn ich die so hier reinlege. So. Wir. Genau. Wir sollten mal farmen gehen. Und zwar. Was ich hier in der Nähe auch gesehen habe. Genau. Das. Erstmal abbauen. Denn das brauchen wir dringend. Und damit zu Hause in unserem alten Haus was zu bauen. So. Cobblestone. Ich möchte hier nicht verschwenderisch sein. Höh. Sieht man genau hier. Haben wir hier noch irgendwo. Da vorne. Was macht der? Jump Boost. Leck ich aber nichts von. Naja. Egal. Wahrscheinlich kann ich jetzt anderthalb Blöcke hoch. Ja. Juhu. Ich kann über Zäune springen. Das wäre mal eine geile Idee für eine Farm. Da einfach so ein Teil reinzubauen. Nur um über da drüber zu springen. Damit man nicht immer lässt sich dieses Tor aufmachen muss. So. Das ist fertig. Hier sind auch schon die ganzen schönen Blöcke draußen. So. Sieben. Wie viel haben wir da noch drinne? 33. Ich glaube das reicht nicht für. 33. Das reicht für. Nicht für 9. Schade. Wieso nicht? Ich möchte noch ein bisschen davon haben. Aber damit muss ich sagen. Geht das Ganze richtig gut. So. Komm. Wieviel haben wir jetzt noch drinne? Sechs. Ich wette wir brauchen noch genau ein Eisen um das Ganze zu... Ach das ist krabber. Ich brauche aber... Eisen. Und kein Kupfer. Na ja. Ach. Dann lasse ich das einfach hier ausfließen. Komm. Schön ausfließen. Ich lasse dich so richtig schön ausfließen. So ausbluten wie ein Schwein. Zinn. So. Das kommt weg. Das ist wertvoll. Habe ich das andere Zeug hier reingetan? Warte mal. Das ist das Eisen. Ach so. Da habe ich schon vorher was drinne gehabt. Gut. Ähm. Wie viel Zeit haben wir noch? Einmal kurz nachgucken. Damit das Ganze auch... Zwei Minuten. Gut. Das reicht für... Einmal nach hinten rennen. Oh. Ein Ocelot. Geil. Wenn ich den bei mir hätte, hätte ich keine Creeper-Probleme mehr. Äh. Ich kann den aber gerade nicht fangen, weil ich keinen Fisch habe. Und übrigens... Da unten... Ist... Mein... Eisen, was ich brauche. So. Gut. Gut. Einfach einmal wieder raus. Einfach. Facher gesagt als getan. Und rennen. Komm. Wir müssen noch nach Hause, bevor es klingelt. Und dann werde ich wahrscheinlich direkt noch eine Folge aufnehmen. Denn ich lade jetzt gerade auch wieder... Ich glaube schon mein... Ja, mein drittes Projekt gerade ist. Backups. Lade ich hoch. Und mit der Geschwindigkeit, wie ich die freigebe, werde ich nicht lange noch Content haben. Und... Ja. Ich glaube, ich habe jetzt noch 90 Tage. Sozusagen dazwischen. Bis ich das Projekt fertig haben möchte. Oder... Ja. Ich möchte das immer fertig haben, bevor ich es hochlade. So, dass es auch jeden Tag neu kommt. Sozusagen. Und nicht irgendwie... So schön abge... Ja, abgehackt. Dass dann mal irgendwann mal im... Alle zwei Wochen mal irgendwas rauskommt oder sowas. So. Da ist noch was Cobblestone. Draußen habe ich doch bestimmt auch noch was Cobblestone. Die Sonne geht auch schon wieder unter. Wie schön. Ja. Cobblestone. Ich muss wieder was essen. Ich müsste auch mal wieder... Obwohl, ich habe ja hier noch jede Menge. Wieso mache ich eigentlich nur die Hälfte immer rein? So. Ja. So, ich lege jetzt noch die Sachen in den Ofen. Und gucke dann, was ich jetzt noch machen werde. Denn ich habe ja gemerkt, ich muss mich ja nicht ans strikte Zeitraster halten. Von einer Stunde. Äh. Ich bin ja schlau. Ich habe es ja gemerkt. Ähm. Da ist auch noch was Cobblestone. Gut. So. Und fünf und rein. Nein. Da und rein. Mit dir. So. Und damit würde ich sagen, Tschüss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020